Hallo Freunde, herzlich willkommen. Heute wie versprochen mal ein extrem einfaches Anfängerbild, das ihr mit Ultramarin Blau, Sienna Gebrannt und Titanweiss malen könnt. Ihr seht, ihr braucht also nicht viel. Kommen wir zu den Mischungen. Wir brauchen erstmal eine Grundmischung für den Himmel. Dazu benötigen wir sehr viel Weiss, denn der soll am hellsten sein. Und da mischen wir dann zu etwa gleichen Teilen Sienna Gebrannt und Ultramarin hinein. Eher etwas mehr Ultramarin, denn wir wollen ein bläuliches, helles Weiss haben. Oder ein Grau, das mehr auf der blauen Seite ist. Dasselbe machen wir jetzt für die Grundmischung fürs Meer. Und weil das weniger hell sein soll als der Himmel, starten wir da mit Ultramarin Blau und Sienna Gebrannt. Wieder etwas mehr Ultramarin Blau hinein. Und dann bekommen wir eine Farbe, die in etwa dieser entspricht. Geht eure mehr ins Orange, dann habt ihr einfach mehr Sienna Gebrannt verwendet. Mischt da jetzt mehr Ultramarin hinein, damit ihr ins bläuliche kommt. Die Helligkeit könnt ihr dann mit Weiss wieder anpassen. Nun, die Grundfarben können wir nun ganz einfach variieren. Da müssen wir nicht den ganzen Mischprozess wiederholen. Sondern, wenn wir den Himmel teilweise heller haben wollen, mischen wir das Ganze mit Weiss. Also die Grundfarbe. Und wenn das Ganze mehr ins bläuliche gehen soll, dann mischen wir diese Grundfarbe mit unserem Ultramarin Blau. So können wir auf viele Arten variieren. Etwas mehr Blau hinein, etwas heller machen, etwas dünkler machen, mit Sienna Gebrannt. Und dasselbe können wir auch mit dem Meer machen. Etwas mehr Blau in die Grundmischung hinein, um das Ganze bläulicher zu haben. Oder etwas mehr Sienna Gebrannt hinein, um die Farbe wieder etwas mehr abzuschwächen, mit Weiss aufhellen. Wenn ihr zum Beispiel noch Steine hineinmalen wollt, dann brauchen wir einen ganz dunklen Ton. Dafür können wir auch ganz einfach unser Ultramarin Blau und Sienna Gebrannt nehmen, diese zu etwa gleichen Teilen mischen und schon haben wir eine sehr dunkle Farbe. Und wenn wir den Steinen Highlights geben wollen, dann können wir diese Grundmischung ganz einfach wieder mit Weiss aufhellen. Dafür müssen wir den ganzen Mischprozess nicht wiederholen, sondern einfach Weiss hinein. Die Skizze ist extrem einfach. Wir malen nur einen Horizont ein, den im oberen Drittel bis Viertel, wir machen das aus Kompositionsgründen auf keinen Fall in der Mitte. Das sieht einfach nicht so schön aus. Also im oberen Bereich und den oberen Teil, den können wir nun mit der Grundfarbe, unserem hellen, bläulichen Grau, ist es jetzt in meinem Fall, erstmal ausfüllen. Und wir müssen da keine Wolken einplanen, wir müssen uns nicht denken, hm, ich muss den Pinsel so oder so bewegen, dass es einen schönen Himmel gibt. Ich habe hier ganz einfach einen flachen Synthetikpinsel und damit fülle ich den Himmel erstmal in der Grundfarbe aus. Ja, und dann geht es bald auch schon um den Horizont und wie wir den bearbeiten. Nun, ich male mit wasservermischbaren Ölfarben und da ist es sehr einfach, diesen dann mit dem einskizzierten Sienna gebrannt einfach den Himmel übergehen zu lassen ins Meer, indem ich da einfach mehrere Male drüber male oder hin und her male. Ihr seht es jetzt hier ganz gut. Ich nehme die Grundmischung vom Meer und diese male ich an den unteren Bereich des Horizontes und etwas darüber hinaus. Wenn ich mit der unteren Farbe etwas hinüberrutsche, nehme ich wieder von der Grundmischung von der Himmelfarbe und male damit wieder drüber, um den Horizont wieder weiter runter zu kriegen. Ja, ist das geschafft, geht es weiter mit dem Meer. Wenn ihr mit Acryl malt, malt die beiden Farben einfach in einer geraden Linie aneinander oder versucht in einer schnellen Mahlweise diese ineinander zu mischen. Beim Meer ist es so, je weiter ich nach vorne komme, desto farbiger oder farbfroher wird das Wasser. In diesem Fall jetzt bläulicher. Man sieht bei mir jetzt, je weiter ich nach vorne komme, desto bläulicher werde ich schon. Ihr könnt aber das alles mit der Grundmischung machen. Bei mir liegen die Farben jetzt so nahe aneinander, dass beim Mischvorgang, ja, da gehe ich dann schon einmal etwas rüber ins bläulichere, wenn ich nach vorne komme. Und ja, variiere schon beim Aufbau ein wenig. Das muss aber nicht so sein. Ihr könnt das ganz stur in der Grundmischung erst mal auftragen, damit die ganze Unterlage erst mal, ja, grundieren sozusagen oder halt das Weiß entfernen. Und dann habt ihr eine ganz gute Basis, wie hier, um dann weiter zu malen und weitere Details aufzubauen. Wichtig ist einfach, dass ihr einen schönen Unterschied erkennen könnt zwischen Himmelbereich und Meerbereich. Der Himmel sollte auf jeden Fall heller sein, damit unser Hirn oder das Auge überzeugt ist, ja, das ist der Himmel, das ist der Horizont und das ist der Unterbereich, das Meer. Nun können wir die Bereiche mehr variieren, wie es uns gefällt, zum Beispiel beim Himmel mehr blau hineinmischen, wie ich es euch anfangs gezeigt habe. Damit können wir nun in den rechten oberen Bereich des Bildes gehen, zum Beispiel, und diesen bläulicher gestalten. Meistens wird der Himmel zum Horizont hin etwas heller. Also, ihr erinnert euch an den Anfang, einfach das Weiß, das wir hineingemischt haben und die Grundmischung somit aufgehellt. Das kann man jetzt in den unteren Bildbereich mit hineinbringen. Da ich mit wasservermischbaren Ölfarben male, kann ich auch diese wieder mit dem Horizont vermischen und dem Meerbereich vermischen, ineinander verteilen, um das Ganze so anzupassen, dass es mich anspricht und mein Auge sagt, ja, schön, der Horizont und dann ist es etwas heller und dann geht es über ins Meer. Ja, genau. Und hier können wir jetzt eben einfach mit den Farben etwas variieren. Mit der bläulicheren, dunkleren Mischung, die ich gemacht habe, können wir jetzt einzelne Teile ins Meer hineinmalen, um zum Beispiel Wellen zu malen oder die einfach mal anzudeuten. Hier jetzt im vorderen Bereich die hellere Mischung, die wir gemacht haben, und hier können wir diese verwenden und in diesen langgezogenen Strichen ja mal aufbringen und sehen, wie das Ganze für uns wirkt. Eben, das ist ein absolutes Anfängerbild. Man macht sich einfach mal vertraut mit den Farben, wie das Ganze wirkt für einen. Das muss kein Picasso geben. Einfach mal ausprobieren, hinten etwas bläulicher, mal schauen, wie sieht es bei mir aus. Hm, ist etwas blauer, dann versucht ihr vielleicht mal etwas mehr Ultramarin in eure Meermischung hinein zu mischen und Teile des Meeres damit zu bedecken. Und ein weiterer Teil für Komposition wären jetzt eben zum Beispiel Steine. Die ganz dunkle Mischung, die wir gemischt haben, aus nur Ultramarin und Zierne gebrannt. Diese können wir jetzt mal in einzelnen Pinselstrichen aufbringen. Mit Blau können wir auch etwas variieren, eine dunklere Stelle hineinbringen. Meist sieht man ja dann bei den Steinen etwas mehr Strömung, mehr Bewegung im Wasser, also mehr Wellen, mehr Schaum. Das können wir gleich machen mit der ganz hellen Mischung. Einfach ganz viel Weiss hinein und dann können wir auch wieder in so lang gezogenen Strichen ja, ein bisschen Unruhe hineinbringen und um die Steine herum und da dann wieder versuchen, vielleicht das Ganze etwas mehr zu definieren und einen bläulicheren Ton hineinzubringen. Wieder vielleicht etwas mehr Wasser oder etwas mehr Weiss hinauszubringen, das Ganze wieder etwas zu beruhigen. Einfach ausprobieren, wie sieht es für mich sinnhaft aus. Das finde ich schon mal ganz gut, wie das so weit wirkt. Dann den bläulicheren Teil. Wie gesagt, da kommt jetzt eine Welle ganz gut. Wir können das hinten wiederholen. Einfach ganz dünne Striche von hellerem Blau. Das ist kein komplettes Weiss. Das ist immer noch Weiss mit etwas Blau gemischt. Und damit diese Wellen höher wirken, stehend wirken, malen wir einfach einen dünkleren, blauen Bereich darunter. Das sieht dann so aus, als würde die Welle einen Schatten werfen und somit sieht sie halt höher aus, als würde sie sich etwas aufbauschen. Das ist ein ganz einfaches Prinzip, um Wellen einzumalen, einen weißen Strich und darunter etwas dünkler werden als die Grundmehrfarbe und schon habt ihr eine Welle. Bei den Steinen kann man ja, wenn man mag, ein paar Spritzer anbringen. Das bringt etwas Dynamik hinein. Damit die Steine noch besser sich ins Meer hineinfügen, wäre ein Schatten ganz gut. Den bringen wir an den unteren Teilen der Steine an, damit das Sinn ergibt mit dem Schatten von den hinteren Wellen. Einfach dünkler als die Meerfarbe selbst. Die Steine kann man gerne noch etwas interessanter gestalten, indem man etwas mehr Sienna mit hineinbringt, also Sienna gebrannt. Und weil mir das Ganze etwas zu nervös war um die Steine herum, habe ich das Ganze wieder etwas beruhigt, das Weiß etwas verstrichen und damit die einzelnen Steine an sich besser erkennbar sind. Ja, man kann nun noch mit Wellen spielen am vorderen Teil, mehr Strömung hineinbringen, mehr Bewegung hineinbringen, also Linien in hellerem Blau, das ist immer noch nicht komplettes Weiß, also nicht einfach mit Weiß hineinmalen, das wäre zu hell. Und ja, das Spiel etwas wiederholen aus dem blaueren Teil und dem helleren Teil, das gibt ja wieder etwas Dynamik und wenn wir mit der Platzierung von den hinteren Wellen zufrieden sind, dann können wir noch etwas mehr Detail in die obere Schaumkrone, nenne ich es jetzt mal, der Welle geben, diese etwas dicker machen und am oberen Bereich können wir diese dann aufhellen, denn auch in dem oberen Teil der Welle spielt Licht und Schatten grundsätzlich eine Rolle. Also wenn ihr weiße, hellere Stellen über die eh schon hellen Stellen gebt, gibt das auch nochmal etwas mehr Form und etwas mehr Überzeugung, etwas mehr Realismus, das ist kein Hyperrealismus, schon klar, aber einfach halt in einem malerischen Stile etwas mehr Überzeugung, etwas mehr, ja, sieht nach Welle aus. Für die, die es wissen wollen, die, die jetzt noch wirklich eine Schippe drauflegen wollen, die können die obere Schaumkrone im vorderen Bereich wiederholen, in einer etwas dünkleren Variante vom Weiß, also gespiegelt quasi, dann sieht das so aus wie eine Spiegelung, aber das ist wirklich für fast schon Vorgeschrittene eigentlich. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann ist das schon wirklich sehr gut, wie gesagt, es ist kein Picasso, aber man kann sich hier sehr gut vertraut machen mit den Farben, mit diesen, also auf diese begrenzten Farben, sich auf diese einzulassen, Grundmischungen herzustellen, diese dann zu variieren und so kann man mit diesen beiden Grundfarben spielen, etwas ausprobieren, versuchen Steine einzufügen, versuchen Wellen einzufügen, ja, das ein absolutes Anfängerbild, vielleicht sogar der erste Versuch könnte das sein. Ich hoffe, es waren hilfreiche Tipps für euch dabei, egal in welchem Stadium ihr euch befindet, ich danke euch vielmals fürs Zusehen, ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder und Tschüss!